Chandra-Mandala, das kreisende Rad, ist im Hatha-Yoga die Bezeichnung für Kreisbewegungen. Es gibt dabei verschiedene Asanas, in denen Chandra-Mandala möglich sind. Annika zeigt ein paar. Zunächst Chandra-Mandala-Halasana. Von der Rückenlage ausgehend hebe die Beine hoch und komme zum Flug. Halte dabei die Hände am Boden oder falte die Hände. Und jetzt gehe mit kleinen Trippelschritten mit den Füßen so weit nach rechts, wie du kannst. Und anschließend gehe mit Trippelschritten so weit nach links, wie du kannst. Das ist Chandra-Mandala-Halasana. Eine zweite Übung, wo Chandra-Mandala besonders schön ist, ist aus der Brücke heraus, Setu-Bandasana. Von der Brücke Setu-Bandasana ausgehend. Unterstütze den Rücken mit den Händen. Und dann, unterstütze den Rücken mit den Händen. Und dann wandere mit den Füßen so weit nach rechts, wie du kannst. Und dann wandere mit den Füßen nach links, so weit du kannst. Übrigens gäbe sogar die Möglichkeit, von hier weiter zum Flug zu gehen. Und dann hast du ein purener Chandra-Mandala. Aber das ist das Thema eines anderen Videos. Eine weitere Stellung, wo Chandra-Mandala von Schönheit ist, ist von Bhujangasana, also aus der Kobra heraus. Von der Kobra ausgehend wandere mit den Händen nach rechts. Und so kommst du langsam zu einer Art seitlicher Kobra. Und danach wandere in kleinen Trippelschritten nach links und komme so zur linken Kobra. Und dann komme wieder zurück. All diese Chandra-Mandala-Variationen helfen auch, die seitliche Flexibilität zu entwickeln, kleinere Rücken-, Bauch-, Gesäß- und Arm- und Schultermuskeln zu nutzen und dienen auch als Aufwärmübung für die statisch gehaltenen Übungen.